So, Hallöchen, da sind wir wieder bei Suikoden 5 und im letzten Part sollen wir nach Lord Lake hieß es und ich wollte eigentlich woanders hin, aber na gut, den Spiegel konnten wir nicht benutzen, warum auch immer. Wir gehen mal zu diesem Beber dann. Wahrscheinlich würde es mit einer Animation kommen, habe ich mir gedacht. Okay, gut, aber wir haben eine Spiegel im Gepäck, das heißt wir können einfach zapp, zapp, zurück zum Schloss. Achso, das ist der Beber dann. Aha, das ist also nur eine Anlegestelle. Ich dachte, es wäre ein Dorf jetzt oder sowas. Danke. Wird hier dann sich die Vegetation ändern? Wird es grün werden jetzt mit der Zeit? Weiß ich nicht mehr. Wäre aber ganz nice. Okay, gucken wir mal, was Zerrasen so kann. Sternenbohne. Link und der Stern, 300 Schaden für einen Feind. Mit allen Feinden Schlaf und Stille. 800 Schaden für Feindkollern. 1000 Schaden für alle Feinde. Oha, die bleiben jetzt für immer in meiner Gruppe. Sehr gut. Und wie sieht es aus den Angreifen? Kannst du das auch gut? Das ist zumindest ein Fernangriff. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Zerrasen? Welcome to the team, würde ich sagen. Dann schauen wir uns mal Lord Lake an. Toll, es ist richtig schön jetzt. Okay, und das ist auch größer geworden, kann ich sagen. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Oha, der Gösch. Göscherino. Eure königliche Hoheit. Ihr habt dem Volk eure Ergebenheit bewiesen. Nicht nur durch Worte, sondern durch Taten. Vielen Dank, dass ihr das Wasser nach Lord Lake zurückgebracht habt. Wir sind für immer in eurer Schuld, eure Hoheit. Versteh mich nicht falsch, Prinz. Wir haben nicht vergessen, was ihre Majestät uns angetan hat. Aber jetzt kennen wir die ganze Geschichte. Und die wahren Feinde wurden entlarvt. Goodwin und Barrows. Wenn ihr also wirklich bis zum Ende kämpfen wollt, dann steht Lord Lake auf eurer Seite. Wir lassen nicht zu, dass ihr euer Leben in die Hände anderer legt. Selbst Lord Rovere hätte sich geehrt gefühlt, Seite an Seite mit eurer Hoheit zu kämpfen. Einige in der Stadt sind noch verbittert, aber wir werden alles tun, um sie umzustimmen. Hurra. Das wird toll werden, an deiner Seite zu kämpfen, Prinz. Erlachten. Oh, Herr Prinz. Tal Gale. Gehe ich mir schwer davon aus, dass auch Gösch dazu kommt. Thomas, Paul und auch Gösch. The Gösch. Ja, Mann. Nice. Ah, da bist du ja, Gösch. Dr. Silver. Willst du uns das sich auch anschließen? Ich brauche deine Hilfe und die der anderen jungen Männer dieser Stadt. Komm mit zur Klinik. Es muss mehr transportiert werden, als ich dachte. Wird es ein Umzug? Ja. Die Patienten hier sind wieder gesund. Sie werden alleine zurechtkommen, solange sie sauberes Wasser haben. Prinz Harko, ihr seid derjenige, für den ein Notarzt am allerlichtigsten ist, nicht wahr? Dann werden sie uns also zu unserem Schloss begleiten? Ja, ich werde mitkommen, aber macht euch wegen mir keine Umstände. Mir reicht ein Zimmer mit ein wenig Platz. Mehr brauche ich nicht. Ich freue mich drauf, der guten Sache dienen zu dürfen. Vielen Dank, Prinz. Okay. Jetzt hagelt es ja hier, Gefährten. Also los. Das ist ja nice. Okay, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Bevor wir zurück uns teleportieren. Erst mal hier abchecken, ob es hier noch Leute gibt, die interessant sind. Ich weiß nicht, kommt man den Vordergrund. Schon gut, aber schon. Bin mir nicht so sicher. Ja. 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 Nee, wir waren da doch nicht. Nee, wir waren da definitiv nicht. Aber hier gibt es auch nichts. Supi. Okay. Dann gucken wir nochmal ins Gasthaus. Hier war ich gefühlt auch schon tausendmal drin. Aber wer weiß, ob mir nicht vielleicht die Rheiner rumsteht irgendwann. Wir sind ja Gott sei Dank keine Gegner. Gott sei Dank zu. Äh, konnten wir jetzt hier oben noch irgendwo ins Haus? Na komm, Ladebildchen. Auf Beheilung. Okay, das sind zumindest keine wichtigen Personen. Komm ich jetzt hier rüber? Ach, ich komm jetzt gar nicht mehr rüber. Oh ne, echt jetzt? Wirklich jetzt? Komm ich jetzt wirklich nicht mehr rüber? Na gut, dann. Wir werden nicht Müll. Ah, vielleicht geht es nur auf der Map. Das geht bestimmt nur auf der Map. Okay. Der Prinz wartet nicht auf mich. Ich helfe Opa und Dr. Silver beim Umzug ins Schloss. Schön, dass du jetzt so glücklich bist, Thomas. Ja, ich bin wirklich glücklich. Wenn nicht jetzt, wann dann? Du hast recht, es gibt viel, worüber man glücklich sein kann. Jetzt, da in Lord Lake wieder alles warten ist. Tut mir leid, dass ich euch keine wirklich Hilfe bin. Aber zumindest kann ich mich auf die Rückkehr in mein Dorf freuen. Rückkehr? Was meinst du? Besucht uns zwischendurch mal in Bevers Lodge. Die meisten Bevers machen sich nicht viel aus Menschen. Aber ich bin sicher, bei euch machen alle eine Ausnahme. Nein, komm zurück. Warte. Ach, ich werde ihn vermissen. Tschüss, Maroon. Tschüss, Turner. Können wir jetzt den Spiegel benutzen? Nee. Okay. Gehen wir auf die Map. Ich meine, der Weg ist nicht wirklich weit. Kurz zum Schiff und dann zurück. Okay, auf der Map können wir es benutzen. Sehr gut. Komme ich jetzt beim Spiegel auch aus? Ah ja. Okay. Und können wir jetzt hier den Spiegel benutzen? Wohin soll es gehen? Jetzt können wir es benutzen. Nice. Okay. Ich gehe als erstes. Warte mal, aber dann brauchen wir... Dann brauchen wir Sorensen. In der Gruppe, denn der Alte hat sich eigentlich noch nicht uns angeschlossen, ne? Der Alte Professor. Wo bist du, Sorensen? Hier. Ihr wollt, dass ich mitkomme? Oh, ich denke, das geht in Ordnung. Naja, komm mal mit. Dann gehen wir mal nach Estrice. Aber nicht nach Lord Lake. Und jetzt geht's. Ich gehe aus. Oh, oh, oh. Ui, was ist nie passiert? Hm, dieses Zahnrad sieht gut aus. Mann, das gefällt mir, wie es sich bewegt. Hallo, was machst du da? Wie? Ach, das ist Assistent Nummer 1. Was gibt's Neues? Was es Neues gibt? Sag mir lieber, was hier los ist. Wenn du schon Unsinn machst, räume wenigstens wieder auf. Und werde. Es ist nicht zu mir. Es macht mehr Spaß spontan zu sein. Meine Güte, was sollen wir nur mit dir machen? Es ist nicht so leicht, wie ihr denkt. Besonders ohne Assistenten. Meine Güte, wie soll ich jemals fertig werden? Aufräumen? Ja, ich weiß. Gebt mir noch 5 Minuten. Hm. Mehr gibt's hier nicht zu tun? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wollte gar nicht mit dir reden, Bürger. Okay, ich kann hier nichts weiter tun. Okay, ich gehe noch mal rein, ansonsten springe ich woanders hin. Unten war ja nichts mehr, da geht ja gar nichts. Gehen die anderen Biber aufräumen nach Hause? I don't know. Wahrscheinlich schon. Aufräumen? Ja, ich weiß, es geht mir noch fünf Minuten. Vielleicht muss ich später wieder kommen. Es ist nicht so leicht, wie ihr denkt, besonders ohne Assistenten. Meine Güte, wieso habe ich jemals fertig gemacht? Er sagt nichts anderes. Okay, aber von hier kann ich jetzt den Spiegel auch nicht benutzen. Nein. Okay, also man muss immer auf die Map. vielleicht muss ich einmal raus und wieder rein. Ich gehe vor ein bisschen raus. Dieser gemeine Maroon, ich dachte, er würde auch zu deinem Schloss gehen. Ja, kommt er bestimmt noch. Alles gut. Okay, Dr. Silver ist immer noch da. Ich werde auch noch ein Schloss umziehen, aber die Einwohner der Stadt werden sich um diese Klinik kümmern. Ich werde nur meine persönlichen Sachen entnehmen. Ach, wir können hier noch rüber. Ich trottel. Natürlich. Ich werde voll übersehen. Oh Gott, da sind noch viele Kisten. Oh, Eisenhammer. Das könnte für den Zwerg sein, in den Mähnen. Hm. Ach, guck mal, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Okay, alles klar. Jetzt geht aber nichts mehr noch rein. Gut, dass ich nochmal hier reingeguckt habe. Ich wäre begegarette. 사� Finanç. Musik 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 Na gut Ah, nicht schlecht Okay, dann gehen wir jetzt aber nochmal in die Villa Wenn wir jetzt schon hier wieder nochmal sind Ich werde wissen, ob sich hier was geändert hat Musik 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 Okay, hat sich nur das Wasser geändert Oh, hier ist auch noch ein Schiff Sonst hat sich auch nichts geändert hier Aber ich bin mir so sicher, dass hier noch irgendwas passieren wird Ich habe das total ohne Gedächtnis Und es hat was mit dieser Plattform da in deinem Zimmer zu tun Das ist mir total im Kopf geblieben damals Ich müsste mich schon wirklich arg täuschen Ganz dolle sogar Okay, hier ist auch nichts mehr, ne? Können wir hier einmal ausladen? Ja Und da geht es ja nur in den Wald Da muss ich jetzt nicht nur hin Aber hier noch irgendwas Ich habe mich auf, okay Der Wald, okay Da würde ich nicht hin Okay, soll ich jetzt nochmal nach Estrice? Ich meine, es sind ein paar Minuten vergangen Ja, ich kann mich nicht noch in den Wald legen Ja, ich bin Ne, da sieht es noch genau so aus. Ach, freut mich. Ja, ich weiß, es gibt noch 5 Minuten. Ja, wir bewegen die für 5 Minuten, um mir zu belaufen. Ja, ich weiß, es gibt noch 5 Minuten, um mir zu belaufen, um mir zu belaufen. Okay, gut, dann. Oh, ah, ich weiß es nicht. Und es ist mir egal, wenn du nicht zu Army of Darkness gehörst. Raus hier. Es ist nicht mein Problem, wenn du das nicht weißt. Außerdem seid ihr diejenigen, die gehen müssen. Was für ein Blödsinn. Was schädest uns, was du willst. Oh, oh, halt, seid vorsichtig. Hier ist eine verdächtige Person, die Ärger macht. Killy, du hast uns aufgespürt. Das überrascht mich nicht. Lorelei, du hilfst auch? Sag das nicht, ich bin nicht freiwillig hier. Wenn du eine Beschwerde hast, richte sie an diesen Jungen. Prinz Haku, erklärt euch. Äh, was erklären? Prinz Haku, ihr seid der, der diese Ruinen wieder mit Leben erfüllt hat. Wer zum Teufel bist du denn? Mir ist nicht danach, diese Frage zu beantworten. Frag Lorelei später. Was meinst du damit, dass Prinz Haku diese Ruinen wieder mit Leben erfüllt hat? Hm, diese Sünder, sie ziehen immer so seltsame Gestalten mit diesen Clown hier an. Ich erforsche die Ruinen aus rein akademischem Interesse. Wie auch immer, statt einer komplizierten und langweiligen Erklärung zeige ich es dir lieber. Gehen wir zurück zum Raum, der versiegelt war. Okay. Okay, Killy kann auch nur als Gefolge mitgehen. Okay, alles klar. Okay, meint er jetzt ganz oben den Raum? Oder was meint er jetzt? Ich gehe mal davon aus, dass er den ganz oben meint, oder? Oh, sieh dir das? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er eine neue Garte hat. Ist das die Morgenroth-Rune? Es ist ein Siegel, das mit der Rune aussieht. Seine Ruhe trägt die echte. Ich verstehe. So ist es also. Bist du jetzt zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden, aber es ist nicht nötig, euch alle rauszujagen, um das zu untersuchen. Ich möchte wissen, warum du das sagst. Ich grabe nicht in der Vergangenheit. Ganz toll. Alles, was er sagt, geht mir auf den Geist. Dieser Mann ist eine Nervensäge. Okay, aber er ist jetzt nicht offiziell im Team, ne? Also ich glaube nicht. Guck mal. Muron. Hallo, Oberhoheit. Ich hoffe, es geht euch gut. Was ich hier mache, fragt ihr? Nun, ich repariere ein paar Dinge. Das sind jetzt die letzten Handgriffe. Das hier wurde in große Eile gebaut, deshalb gibt es noch einige Schwachstellen. Okay, willst du nicht bei uns bleiben? Wenn ihr mich wollt, wäre ich froh, bei euch zu bleiben. Ich war immer der Meinung, dass wir uns nicht ausgrenzen und in Biberburg verschanzen dürfen. Ich hoffe, ich kann helfen. Okay, Muron. Oder Marun. Ja, cool. Okay, ich guck mal ganz kurz noch auf die Charaktere hier. Okay, Muron ist abgehakt. Gershhammer, Silberhammer, Tomahammer. Ich kann mich noch auf die Charaktere hier sein. Okay. Okay, gehen wir erst mal zum Spiegel. Das war unten, ne? Wo war denn das Lager? War das auch unten? Ich weiß es schon nicht mehr. Mein Hirn. Ja, das war auch hier. Das war das Lager, ne? Ob wir noch was ablegen können. Nein, eigentlich nicht. Was macht denn diese Mauerkugel? Ursache Mauereffekt. Abwehr mal zwei. Nur Abwehr. Okay. Na, wir könnten hier noch was schätzen lassen, ne? Ja, da haben wir noch Sachen zum schätzen lassen. Ich glaub, den nehm ich mal noch mit. Wir haben hier keinen Schätzer, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben hier noch keinen Schätzer. Das sind hier nur Items. Das sind auch Items. Ne. Ach nee, nicht schon wieder Lord Lake. Boah. Hauuude. Okay, hier war auf jeden Fall ein Schätzer. Das weiß ich. Wo? Das war ein Gemischtladen. Wo war denn dieser Schätzer? Nee, da war es nicht. Hier. Hier. Hi. type, Junior. Hier. Ich bin echt nicht wieder. Ich binять, oder? Hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, ich glaube, ich habe hier was falsch gemacht. Also, ich sehe, wir können den hier rekrutieren, obwohl hier kein Bild erscheint. Aber ich habe hier was falsch gemacht. Ich hätte das Gemälde, shit, hätte ich anders reagieren sollen. Okay, scheiße, dann müssen wir ihn später holen. Das bringt jetzt nichts. Ich gehe jetzt nicht nach Gemälde Ausschau halten, wenn wir da eins haben, ist okay. Ansonsten Pech gehabt. Okay, na gut. Na gut. Habe ich jetzt eigentlich Vicky dabei? Nee. Achso, ich habe Sörens immer dabei. Wo sind's hier? Die Bridge, die war da vorne, ne? Nee. Nee, die war nicht hier. Hier war das. Und die Anlegestelle. Oh, zum Kai sind die Brücke. Hier. Es ist blöd, dass wir den Spiegel nur auf der Map benutzen können. Aber egal. Ich will nicht motzen, ich bin ja froh, dass ich's hab. Okay, wir lassen Sörensen da. Der bringt mir jetzt noch nix. Der bringt mir jetzt noch nix. Ach, nicht nach Norden, ey. Ich rass einfach nicht nach. Na, okay, wenn man aber flieht. Na, dann wäre noch der Koch und eine Norma. Aber Norma können wir, glaube ich, noch nicht. Das funktioniert noch nicht. Aber in den Koch. Den Koch können wir vielleicht noch bearbeiten. Ach, und der steht auch noch da. Okay, der sieht auch noch nix aus. Guck mal, da hocken die zwei. Müller. Hallo, mein Prinz, haben wir nicht gesehen. Ich hab gehört, was ihr getan habt. Ihr habt die Festung hast zu stütteln und Rückweg gerettet. Ich hab' euch lange nur für eine Strohpuppe gehalten. Und dann das. Ihr wisst wirklich, was ihr tut. Bei den Kämpfen mit den Patrouillenflotten vor dem Hauptkampf hatte ich die Lage unter Kontrolle. Das war guter Instinkt. Oder ihr habt einen sehr talentierten Taktikerin. Mein Prinz Müller macht nicht jeden Kompliment. Ich bin beeindruckt. Ihr könntet euch was drauf einbilden. Ach, entschuldigt. Ich rede mir ein Wasserfall. Wollt ihr etwas für uns? Äh, ja. Kommt mit. Wirklich? Ihr wollt die Linke am Säufer-Bregade anheuern? Na klar. Äh, was meinst du, Müller? Es gibt keinen Grund abzulehnen. Das stimmt, also. Bist du einverstanden? Da gibt es total süße Mädels. Ich will auch bei. Dann steht es fest an Prinz Wilhelms Einheit. Der Linke am Säufer-Bregade steht zu euren Diensten. Aha. Macht euch keine Sorgen, die unter Bezahlung. Aber ihr müsst gewinnen, eure Wurmehaut. Ein Sieg bedeutet mehr Ansehen für unsere Einheit. Was dazu führt, dass wir zukünftig lukrativere Verträge bekommen. Wir machen uns mit unseren Männern auf den Weg zum Schloss. Na gut. Los gehen wir, Müller. Jawohl. Sehr gut. Und du? Der will immer noch Süßwasser auf Fische. Ja, la 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 la. Wie sieht es hier aus? Normal. In den anderen Gasthöfen komme ich mit ernstlich unter. Okay, das ist ja auch nichts anderes. Hier ist niemand. Schade. Na gut. Ob hier noch jemand rumgammelt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe mal weiter. Den alten haben wir schon. Hier, der gibt ja, aber der tut sich nichts. Ah, warte mal, was ist denn mit? Ah, wie hieß sie? Sagiri. Sagiri. Oh, da siehst du, Sagiri. Es tut mir leid, Prinz, aber ich hasse es, Menschen zu töten. Du sollst ja niemand töten. Ah, hallo. Okay, wollten die nicht irgendwie ermitteln, Akten, ermitteln? Ach, das sind die Wohnens noch nicht. Ach, guck mal, Belkert. Den habe ich jetzt schon total vergessen. Ach, und halt zu Ort. Ja, wo ist der denn zum Geier? Ermittelt mal. Ah, Prinz, habt ihr Lust, dieses Spiel auszuprieren? Es heißt Fighters. Ich sitze hier oft nur rum und warte, während Detektiv Oboro und die anderen mit Ermittlungen beschäftigt sind. Und die Zeit, tot zu schlagen, habe ich mit diesem Spiel angefangen. Und jetzt bin ich total verrückt danach. Hm. Okay. Ja, können wir nichts machen? Spielen, ja. Ich glaube, das ist dasselbe Spiel wie mit Rita im vierten Teil, ne? Nun, Prinz, auf welcher Spielstufe soll ich spielen? Anfänger, bitte. Jetzt müssen wir entscheiden, wer anfängt. Jeder wählt einen Stein und wer die Sonnenruhen hat, beginnt. Demlinks. Sieht aus, als dürfte ich anfangen. Nö. Okay. Nee, es ist nicht so. Okay, dann weiß ich nicht, wie es geht. Äh, okay, wahrscheinlich müssen wir zwei nebeneinander finden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann mal zwei auswählen, von derselben Sorte. Ich hoffe, jetzt einfach, was sie macht. Ah, okay. 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 Ja, wenn ich jetzt den hier freilege, ne? Okay. Na, shit. Wenn ich jetzt hier George nehme, dann nimmt sie Leon und dann habe ich keine andere Wahl, ne? Mist. Ich habe verloren. Ach, der lag ja schon voll. Na, super. Hab verloren. Okay, aber ich verstehe, wie es funktioniert. Ja, ist ja gut. Hey, ich habe gewonnen. Noch ein Spiel? Nee. Wie fühlt ihr dabei Zeit zurückkommen? Okay, wie wäre es, wenn ihr eigentlich mal auf mein Schloss kommt, hm? Okay, und wann kommt Oboro wieder? Mit den Ermittlungen? Ja, ich hoffe, sie wenn ihr euch STARkt, ist es noch ein bisschen ver Was war denn eigentlich unser Hauptziel? Ich habe echt keinen Plan, ich weiß es nicht mehr. Haha, das ist aber sehr gut. Die lassen wir zum Campen. Achso, wir haben ja diesen Hammer. Oh, vielleicht kommt jetzt der kleine Zwerg mit. Gehen wir gleich mal zu ihm. Hier, der da. Mann, das ist ja ein toller Hammer, den ihr da habt. Kann ich den haben? Gebt mir diesen Hammer, ich flehe euch an. Bitteschön. Mann, unglaublich. Dieser Hammer könnte ich gut gebrauchen. Danke, ich fange sofort an, an eurer Waffe zu arbeiten. Aha, jetzt können wir bis Stufe 10. Ganz schön teuer. Ah, wir könnten hier mal ein bisschen noch Zerabe hoch leveln. Bis zum nächsten Mal. Dann ist das vídeo. Tschüss. Ich wusste, dass ich mit diesem Werkzeug bessere Waffen machen kann. Das ist ein völlig neues Gefühl. Alles, was ich bis jetzt schmieden konnte, waren Nägel, Panzer und dergleichen. Willst du nicht mitkommen? Oh, ich bin da. Oh, die Armee eines Prinzen. Da kann ich so viele Waffen härten, wie ich will. Ich gehe sehr gerne mit. Okay, aber da wäre noch mein Meister. Hey, Dongo, komm her. Wie? Du Blödmann, du bist ein Schmied. Jetzt wirst du größenwahnsinnig. Geh wieder Nägel schmieden. Was hast du gesagt, Meister? Oh ja, du hast recht. Dieses Schwert ist wirklich wahnsinnig groß. Ich habe dich erst nicht verstanden, aber klar, das Schmieden von Waffen hat Vorrang, vor allem bei den Größen. Du Idiot. Autsch. Meister, Gewalt ist keine Lösung. Halt die Klappe. Ich versuche nur etwas verstandelich reinzuprübeln, Junge. Du brauchst noch 100 Jahre Übung, bevor du nur daran denken kannst, an eine Waffe zu arbeiten. Ah, bitte vergib mir. Hör nicht auf deinen Meister. Komm mit uns. Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass es nicht geht. Tut mir leid. What? Warum kommst du nicht mit? Okay, komm, wir härten hier weiter. Er braucht eine Übung. 20.000. Übel, ja. Verdammt. Er will einfach nicht. Wieso will er nicht? Wo ist eigentlich der Chefzwerg? Da steht noch jemand. Oh, da wollte ich nicht rein. Da liegt man vorher nicht da. Menschen, es kommen nicht viele von euch in diese Gegend. Wie, was ich mache, fragst du? Ich grabe Luftlöcher. Man muss sich gut um die Belüftung kümmern. Wenn man unterirdisch wohnt, die Luft wird schnell dünn. Die Männer denken gar nicht an die Luft. Sie graben nur wie verrückt, ohne an die Folgen zu denken. Deshalb muss ich immer überall die Luftflöcher graben. Mein Name ist übrigens Zunder. Okay, Zunder, komm mit uns. Was? Was sollte ein Menschenjunge wie du mit mir anfangen? Äh, bitte, komm mit. Wie, euch begleiten? Warum sollte ich euch begleiten? Ich weiß nicht. Mann, ich verstehe also, du bist der Prinz. Aber dich begleiten, ich weiß nicht. Ach, kannst du mir eines von diesen Fensterdingern zeigen? Menschen nennen Luftlöcherfenster, nicht wahr? Nein, ich möchte so etwas mal sehen. Was? Du willst wissen, warum ich das will? Es gibt nur eine Art, Luftlöcher zu machen. Wir machen seit langer Zeit immer dieselbe Art. Aber das ist langweilig und keine große Herausforderung. Ich will mal etwas Neues machen, verstehst du? In anderen Worten, es wäre gut für mich, eine Gelegenheit zu bekommen, eines eurer Fenster zu sehen. Damit meine ich nicht das Fenster eines aus Holz oder Steinen. So ein Fenster nützt mir nichts. Also, was sagst du? Zeigst du mir ein Fenster? Wenn du versprichst, mir eines zu zeigen, begleite ich dich. Ja, okay. Toll, ich bin mir. Zeig mir das Fenster. Okay. Aber ich habe jetzt noch kein Fensterset hier. Aber kann ich sie jetzt mitnehmen? Warte mal, ich muss aber da oben raus, sonst kann ich aber nicht teleportieren. Okay, warte mal. Ich wollte aber auch noch mal zum Schmied. Nein, nein, ich gehe erst mal zum Schmied. Warum kommst du nicht mit mir mit? Ich kann mich nicht mit mir. Ich kann mich nicht mit mir. Nee. Okay. Shit, man. Shitty. Sollen wir ein ganzes Geld davor brauchen? Ja, gut. Egal. Ich meine, die Baffe müssen wir trotzdem irgendwie hochleveln. Von daher ist ja nicht so schlimm. Ich meine, so, äh, dann gehen wir mal zurück. Ach nee, ich hol das raus. Äh, Fensterset. Das hatte ich doch, ne? Fensterset. Dann hol ich gleich mal auch das andere raus. Kommen wir noch nicht an Fenster an. Kommen wir noch nicht am Fenster an? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Hm? Okay. Also ich muss ihr... Ich hab gedacht, ich muss ihr nur das Set übergeben. Okay. Hm? Hm? Hm. Hm. Muss ich's vielleicht ausrüsten? Hm. Wir können's nicht ausrüsten. Hm. 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 Okay. Irgendwie rauf ist's grad nicht. Ich kapier's nicht. Hm. 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 Also ich muss hier irgendein Fenster zeigen. Oder wie? Aber wo könnte ich denn ein Fenster finden? Also ich mein, hier sind... Irgendwo ein Fenster, ein spezielles... Hm. Hm. Hm nic. Hm. Okay, Leute, ich weiß es gerade nicht. Ich muss mal gucken, was man mit ihr machen muss. Mach ich jetzt hier im Couch, und dann sehen wir mal den Exemplar von Surikoden 5. Wie es hier weitergeht. Also, bis dahin. Ciao, ciao.